Musik 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 Es gibt ein System für die Venteilung. Mit dem Kümach ist es nicht in den Tönsien geöffnet. Wir haben eine Türkische Firma, die die Kümach nicht verbunden sind. Wir haben die ganze Flügel gemacht. Die Flügel sind 60 Meter und 21 Meter über 14 Meter. Vielen Dank für's Zuschauen.